Jaaa! Ja, da brauchst du doch, Mensch. Du guckst hier schon die ganze Zeit, ne? Da musst du doch mal ein Bier kriegen jetzt halt. Ich bin jetzt 30 Jahre an der Türstehe. 30 Jahre an der Türstehe. Ich wünsche, ich wünsche. Was hier in der Disco oder was? Wo hier früher noch richtig was los war immer. Kenn ich auch noch. So. Da war einer, da war. 69 Becken, um den Ringesum. Seitdem auf der Türstehe. Soll ich dich hier rausschmeißen? Ja. Schlecht, ne? Das sieht so aus, ne? Kopfschmerzen. Das Kopfschmerzen. 69 Becken, um den Ringesum und dann ab der Türstehe. Und dann war hier schon immer was los, ja? Ja. Hast du mir die Besoffenen rausgeschmissen oder was? Freitag, Sonnabend und Sonnabend. Ja. Dann war Freitag, Sonnabend und Sonnabend. So oft war hier was los? Ja. Hier auf dem Dorf? Ja. Meine Güte. Und das die Typen hier rausgeschmissen, die die Ecke gemacht haben. Haben Schlawittchen gepackt und dann... Auf der Schnauze, ne? Ja. Auf der Schnauze, ne? Ja. Aber so sieht es doch aus. So ein Kerbin Baum, ne? Kerbin Baum. Wenn er rechts hier, dann muss ich ja nicht hin. Warten gehen. Deswegen haben wir uns gedacht, die Mensch, ey. Guckt hier schon so lange, der muss ja mal nochmal ein Bier kriegen hier, oder was? Steht hier, wartet in der Kälte. Ja, aber keiner gibt ihm mal was zu trinken, oder was, ne? Seit 69. 69. Mensch, ey. 69, ja. Was hast du denn gelernt? Rausschmeißer richtig? Maure. Achso. Maure, du. Kannst du da Häuser bauen richtig? Hast du denn eigentlich das Haus gebaut, oder was? Nicht schlecht. Ja. Maure ist, ne? Bleibt nicht raus, ne? Komm. Jo jo. Meine Mutter hat das Tier übernommen aus Hausmeißer, meine Mutter. Dann hat das Hausmeiß übernommen, der hieß aber ernsthaft, glaube ich. Bei 69, 30. Das ist irgendwie schon schon lange. Und was machst du jetzt? Das Rentner, oder was? Ich dachte jetzt nicht gut, aber... Aber so, aber so, aber so, sozusagen, mein Haus hab ich dann halt gut fertig gekriegt. Meine Sachen gehörte auch die Gemeinde, aber ich hab Baumaterial gekriegt, fertig vom Baumaterial gekriegt. So, mach das, mach das, mach das, mach das. Boah, was? Ja, wo ist immer ein ordentliches Zug da raus, Mensch? Was so ein alter Türsteher ist, der muss doch was trinken hier. Gelände oder was? Was? Gelände, Gelände, Türsteher und Biertrinker. Siehst du, da geht doch, schmeckt! Na, was? Was, warte, wenn wir da reingehen? Schenkt dir das Bier? Ja? Hast du hier draußen was zu trinken? Warte, warte, ich... Was ist viel leer, das Ding? Ich hab mal wieder, also. Wir müssen noch mal wieder ein bisschen tanzen, ne? Ja, kann mal wieder... Was ist das Ding noch? Glock, glack, glack, wir bleiben ja wieder. Ziele, ex, ex, du bist ex oder Jude hier, du? Ja, ich muss einmal was... Ja, okay. Hat er drauf, so. Was so ein Türsteher ist, ne? Da ist doch noch was in! Ja. Und jetzt gehst du aber schlafen. Ja, gib her das Ding. Jawoll! Applaus mal für den Herren! Wir hören uns vor uns, bitte, bei dir. Ja, dann liegt mal im Bett, ne? Tschüss! Hau rein! Hau rein!